so und damit herzlich willkommen zurück zu dead stranding so dann werden wir uns mal auf den weg machen jetzt schon wieder ausgezeichnet sam du hast das netz um drei weg posten erweitert die prepper sind eingespannt und das chirale netzwerk gedeiht besser denn je wir wollen ein örtliches verteilerzentrum als nächsten weg posten nutzen aber das muss warten ich habe hier einen dringenden auftrag ein problem das gelöst werden muss du musst einen von lake not city server für uns wieder beschaffen er wurde nach einer reparatur auf dem rücktransport von mules gestohlen der server enthält validierungsdaten für ein neues liefersystem das wir einsetzen es soll das chirale netzwerk nutzen um lieferungen zu automatisieren für uns ist er unverzichtbar die mules könnten ihn auch für einen toaster halten ein toaster aus dem sich rale kristalle und seltene erdmetalle herausreißen werden ohne schnelles handeln könnten wir die daten verlieren also ab mit dir zum ablageplatz der mules schnapp dir den server und bring ihn nach lake not city zurück ich lege den auftrag selbst an über deine handschellen erfährst du mehr so hier muss das sein okay wir müssen unbedingt nach lake not city das ist das problem wir keine ausdauer mehr haben kein gar nichts müssen uns ausruhen das ist halt so das problem unsere schuhe sind fast im ass das ist halt leider so das problemchen irgendwie ausgeruhter sein dann würde das auch funktionieren aber naja der sam kann halt nicht alles wir sind ja keine kampfmaschine sondern ein boot gemacht hier mit treppen oder so Und ne Leiter, dass wir hier rüber können. Das wäre sehr cool. Komm schon, komm schon Sam, das war glaube ich ein GD-Gebiet, war das schon vorher hier? Irgendwie verändert sich die Welt jedes Mal, das ist ganz ganz komisch. So sind wir noch richtig, so ungefähr, ey komm, vorn kommt wieder ein Fluss, ey. Kann ja nur was werden. Das ist nur so ein Cleaner, ne? Gut, easy. Easy peasy. Nicht hinfallen. Nimmst du auf was sie schafft? Guck da hinten eigentlich den Schneesee in den Bunker. Guck da hinten. Guck da hinten. Guck da hinten. Ja. Was ist hier? Es ist sehr gut, dass das Seil hier ist. Oh, verloren Fracht. Na komm. Ähm, wie soll man denn da hochkommen? Wow. Okay. Wow. Alter, ist das dein Ernst? Kann man denn die Leute so kacke platzieren, ey? Nein, 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 oh nein. Oh Mann, ne. Ressource verlorene Fracht, na gut, das ist nicht so wichtig. Oh, halt mal. Wann gibt es hier keinen anderen Weg? Das wäre ja mal mega geil. Okay, dann müssen wir wieder hier hoch. Das ist mega scheiße. Wer baut denn so behindert? Wie kommen wir jetzt da rüber? Ach, ist das scheiße, Alter. Da drüben ist doch der scheiß Bunker. Oder ist das der Bunker? Warte mal. Doch, müsste das so sein, ne? Okay, da ist ein Brückeflick. Kommen wir da drüber. Dass es ja überhaupt noch Energie hat, Alter, ne? Das ist krank, Alter, krank. Ja, wir kommen rüber. Das ist schon mal gut. Ja. Hoppala. Nicht mehr im Strom jetzt. Hm. Okay. Hm, 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 hm. So, lieber Bunker, wir sind da. Dann geht's ab zu Late Not City. Dann geht's ab zu Late Not City. Dann, den Ahnenauftrag machen von den Mules. Ja. Dann geht's ab zu Late Not City. er wird locker zum kampf kommen weil ja schuhe fast zerstört gleich ersetzen bestimmt zum kampf kommen weil die uns verorten und wieso keine ahnung aber wenn wir ohne fracht dahin gehen aber macht keine ahnung ist auch nicht der bunker aber er muss irgendwo hier in der nähe sein so weiter links ist hat die schuhe so lange durch wir es jetzt nämlich nicht die kinder wechselschube nicht so aus ganz ruhig ja ganz ruhig so dass er doch sehr schön so noch ein auftrag das war gute arbeit die arbeit von der die leute notizen noch nie sie macht zerstört 90 prozent zerstört trotzdem drei sterne ich will hier dings schuhe und wichtig ganz wichtig diese schuhe so brauchen wir noch was davon wissen es auch noch ein so Ich weiß jetzt nicht welche wir brauchen, ich glaube die brauchen wir nicht. Das machen wir ja nicht. Doch hier. Hier. Das machen wir ja nicht. Vielen Dank für die Unterstützung. Gut, dann habe ich noch einen Auftrag an. Aber das muss warten. Ähm. Das ist immer noch nicht so viel, sieht zwar krass aus. So lange die Schuhe noch halten und nicht im roten Bereich sind, können wir die noch tragen. Jetzt sind noch ein paar Schuhe damit. Sollen wir das benutzen oder? Wie sieht das aus? Ah lol, das lädt ja unsere Dings auf. Die Beine. Das ist natürlich geil. Cool. Okay, gut. Das ist ja so. Ja, die kacken wir jetzt. Oh, da steht so ein Auto. Bei einem LKW. Krass. Naja, ich könnte doch eh nix machen. Hm 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 hm. Das ist schon krass wie schnell das Ding die Energie verliert. Oh die shit. Aber geht. So, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt können wir auch ein Päuschen machen. Moin. Das ist der einzige mit Weihnachtsbetrink. Naja, noch sind die nicht. Noch okay. Ich glaube da steht da Schuhe bei. Ist doch okay. Es geht's nicht so. Oh, 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 legendär, wie man sagt, legendär. Obwohl es draußen hart zugeht, übertriffst du meine Erwartungen irgendwie immer wieder. Vielen Dank. Ja, gerade so, Alter. Jetzt sind es bloß noch 36. Äh, noch 49. Hm, komisch. Jo. So. Jo, neuer Auftrag. Äh, oh, ist es noch eine Lieferung? Hä? Hä, warte mal. Muss ich die hier anpingen? Ne. Okay. Okay. Okay, geht irgendwie nicht. Oh, das ist ja wieder, Gott, ne jetzt. Ist ja wieder, Gott, ne jetzt. Also da rübe ich jetzt eine Pizza. Sind sie hinüber. What? Ist das jetzt wirklich ernst, Alter? Scheiße, Alter. Müssen wir jetzt auch noch drauf achten. Oh, Mann. Okay. Okay. Ganz komisch, geht irgendwie nicht. Egal. So, erstmal um das Bibi kümmern. Um uns selber, um Zähm. Und dann geht's frisch und munter wieder weiter. Guten Morgen, Sam. Blutabnahme abgeschlossen. Danke für deine Großzügigkeit. Also da wirklich jetzt? Das läuft aus Zeit. Ja, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir uns bei der nächsten Folge. Machen wir jetzt schnell mit der Pizza denn. Äh, ja. Bevor es, äh, ne, kalt wird. Äh, bis dahin.